Chess und ich viben noch ein wenig. Alpikon House Music Festival 2024 hier zum ersten Mal auch mit dem Livestream mit der Streaming Stage heuer mit dabei. Und jetzt bei mir Chess Washington. Hi. Hallo, wie geht's euch? Was für ein Name. Mir geht's gut, wie geht's dir? Danke. Bei dem Wetter, was wir hier haben, kann es einem nur gut gehen, oder? Bei dir ist ja nichts, was man sich nicht merkt. Erstens der Name Chess Washington, zweitens die Mähne, drittens die Brille. Du bist dein Gesicht, das bleibt in Erinnerung. Ja, vielen Dank, vielen Dank für die schönen Komplimente. Ich freue mich auch wieder hier zu sein nach dem sensationellen Kick-Off letztes Jahr. Und ja, jetzt machen wir dieses Jahr 2024 Alpikon Festival. Ich darf wieder dabei sein, freue mich riesig und geben wir Gas. So ist es. Was dürfen wir uns heute von dir erwarten? Du wirst ja da und dort mal spielen. Wo genau klären wir dann gleich noch? Ja, genau. Ich bin viel unterwegs, war jetzt den ganzen Winter in den ganzen Skigebieten unterwegs, von Saalbach bis Kitzbühel, über Selden, überall. Und gehe jetzt dann wieder in die Sommersaison. Mit dabei auch wieder Ibiza, Afrika, Deutschland, Österreich. Ibiza, Afrika, die Berge. Du bist eigentlich in Deutschland geboren, bist in Salzburg zu Hause. Genau. Bist also in den Bergen und auf der Insel zu Hause. Genau. Jetzt sind wir aber im Schnee gelandet. Was macht das Besondere für dich aus hier beim Alpikon House Music Festival im Zillertal? Natürlich die ganzen Artisten auch, die hier sind. Viele Freunde auch mit dabei. Der ganze Vibe, der rundherum da ist, ist einfach großartig. Jess, wir haben neben uns schon Albin Bresslern, der schon heiß ist, in den Startlöchern ist. Ich glaube, er legt auch schon auf, wenn auch bislang nur mit Kopfhörern. Und ganz kurz noch, wo erleben wir dich heute noch live? Du bist dann nachher in einer Stunde hier bei uns auf der Streaming-Stage. Ich darf auch auf der Streaming-Stage sein, genau. Und am Abend bin ich noch in der Bava-Lounge. Ich freue mich zusammen mit Tom Novy, sein Truppé zusammen und vielen anderen Künstlern. Und es wird glorreich. Es wird grandios auch nicht. Wir sind auf jeden Fall mit dabei. Und jetzt geht es weiter für euch zu Hause am Weg ins Wochenende im Auto, vielleicht am Handy oder noch beim Arbeiten. Mit Albin Bresslern, Resident aus dem O-Club in Wien, einer der meistgebuchten DJs der Wiener Szene. Albin, auf geht's. Viel Spaß.